Superfoods sind derzeit ja wirklich in aller Munde ein spannendes Thema, denn die meisten Superfoods sind wirklich gesunde Lebensmittel. Aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, denn manche Lebensmittel, die als Superfoods gehypt werden, wie zum Beispiel diese Chiasamen hier, sind teuer, kommen von sehr weit her und damit sind sie ökologisch natürlich nicht gerade der Knaller. Dabei haben Leinsamen, die hier bei uns wachsen, eigentlich ziemlich genau das gleiche Nährstoffprofil. Oder ein anderes Beispiel, diese Goji Behen hier, die kommen aus Südamerika. Aronia Beeren aus Deutschland hingegen sind ganz genauso gesund. Insofern würde ich Ihnen immer raten, anstatt auf importierte, teure Superfoods zu setzen, kaufen Sie lieber einheimische Ware und essen Sie viel frisches Gemüse, dann wird es Ihnen an nichts fehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017